Jetzt stellt euch Feuerwerke vor. Herzlich Willkommen zurück zu TSJT zum Silvester-Tag. Heißt das so? Egal. Mit Kunran, Danu, Kapuste, Nils, Shigo, Robo, Fist, Sheena, Potsdadee und Julie Wörsel. Hallo! Heute in Spielfilmen, wenn wir Silvester machen. Guten Rutsch, Julie! Gute Wunsch! Ciao! Wer hat den Sekt gekauft und nicht geil bestellt? Kommt du ins neue Jahr, du hast den Sekt gekauft. Wer hat die Melone bestellt hier Kunran? Ich habe die Melone getragen! Wie viel ist ihr Silvester? Schreibt es mal in die Kommentare. Achtung! Wer mag das nicht? So feiere ich auf! Come on and slam! Nein, das ist die Melone, weg! Warte! Bibo, kauf doch gerade! Ich trinke gerade, du Arsch! Die kauft auch gerade! Okay, jetzt reicht's, Julie! Du hast es überlebt! Ich habe die Melone! Oh scheiße! Ich habe die Melone abgeschossen! Wie krass bist du denn drauf? Der Goro ist tot! Der Goro ist tot! Der Goro ist tot! Ey, wer Gioi killt! Kannst du mal bitte callen, bitte? Damit ich da... Kannst du und es frei... Kunran ist es! Hey, hol mal! Hier! Was? Kunran ist es! Kunran und Fisk! Goro! Goro! Was habt ihr hier gemacht? Na hallo, es ist Kunran, oder? Es ist Fisk! Goro! Da ist Nefi! Guck mal ab! Es ist... Dalu! Dalu ist bestimmt der andere Traitor! Ja, er hat ein Schild! Ist das oder ist es nicht? Ne, hat der Goro gemacht! Guck mal! War Goro denn Traitor? Ja, er war Traitor! Hallo? Ach, das war mir... Wo ist jetzt meine Mikro hin, Nefi? Na, Baby! Von rechts! Von rechts! Und Tackle! Da oben drin! Da drin! Da links! Tief in den Wellen! Tief in den Wellen! Tief in den Wellen! Tief in den Wellen! Au, Kunran hat auf mich geschossen! Alter! Kunran! Ne, eigentlich auf Nefi! Achso, dann ist er es! Ne, ne, ich bin's nicht! Natürlich! Ich hab doch nur so oft mich geschossen! Ja, natürlich! Was machen sie da drin? Da oben, ey! Ah! Ach, scheiß Akimbos, ey! Mit der Dual-Barreda! Ja, die musste gar nicht erst in den Hut nehmen! Ich hab nicht da noch gefunden! Wie ist Shigo gestorben? Ja, durch Kundenkarte! Der hat in den Kopf geschossen! Die hat gekauft! Ich? Ja, genau! Goro, was war das für'n Kopfhahn auf den Dach! Die hat sich grad'n Prosecco geöffnet! Ich hab'n... Und der schießt auf die Melonen plötzliches Shigo-Tuch! Und namens NRJ? Ja, aber als ich hochkam, hattest du das Schild in der Hand! Hä, das hatte ich nicht in der Hand! Doch! Ganz kurz! Das hattest du in der Hand! Jung, ich hab's doch gesehen! Check that taste! Wir haben alles besser! Aber echt, ey! Nächstes Jahr ist das Wild-Schild wieder weg! Nächstes Jahr ist das Rito-Schild wieder raus! Also ab morgen! Nee, übermorgen! Nee, übermorgen! Warum nicht ab morgen? Weil wir gleich noch die Scholl ist für morgen! Wir nehmen ja noch voraus! Morgen! Halt's! Kasse! Wuhuuu! Halb's! Übermorgen werden die Addons bearbeitet sein! Dann auch endlich wieder den Doppel-Gänger! Yeah! Halt du dein Maul! Hey, was soll das? Ich hab doch nix getan! Nee, du hast dir noch einen aufgeschossen! Hab ihn! Nein, ich hab den Final-Schuss gesetzt! Das war ich! Ich war das! In Final-Schuss? Nein! In Final-Schuss! Doch! Wer hat das Schild aufgehoben? Doch! Irgendein Detektiv! Doch! Irgendein Detektiv! Wo bist du, du kleine Pottsau? Pack mich nicht an, Phil! Dann geben sie die Waffe! Kapuze hast du das Schild aufgehoben! Nein, hab ich nicht! Was? Hab ich keine Granate? Nein, hab ich nicht! Kapuze ist tot! Was? Kapuze ist tot! Kapuze ist tot! Kapuze ist tot! Okay! Und das macht immer nur Jugi! War kein Baby, was den Kapuze gekillt hat! Warum? Es ist ein Zufall, dass ich oft das Babys hab! Er wurde Silent-AVP! Weiterebei umgebracht! Oh! Da muss einer im Türmchen hinten sein, wa? Ähm! Wie er da hängt, ey! Au! Ich wurde angeschossen! Von wo? Weiß ich nicht! Von hinten! In welche Richtung hast du... Hier bei mir! Und das ist... Nee, Phil! Alter, Treppenhaus! Im Treppenhaus, Leiner! Im Treppenhaus, Leiner! Julie ist im Treppenhaus! Warum schießt du mich auch einfach an? Und ich fahr das nicht! Julie! Konfirmt! Ähm! War ein Schuss drin? Kapuze! Warum müssen du ihn verliebt? Ich möchte bitte das Schild haben! Geh weg! Hey! Du! Oh! Sackrat! Ja! Und Julie, die andere so... Duze ist invalide! Den kann ich nicht wieder übernehmen! Dann Gratz! Jetzt reicht's! Ich schieß dir in die... Hey! Nicht tönen! Sober! Ich brauchte mehr Credits! Versuchen was mit nem neuen Nefi! Mit nem neuen Nefi? Nee, geht nicht! Oh! Shit! Scheiße! Scheiße! Hammer! Ja, nimmst du den Besten lieber die... Mach mal was! Warum lachen? Ich will auch lachen! Ich weiß es nicht! Mein Leben ist so traurig! Oh! Wer hat jetzt immer das... Oh wie die... Ja Julie ist es! Ah! Und wo hast du die Silence AWP her? Von Nefi! Wo ist denn Julie? Aha! Hier ist Julie! Ja in dem großen Haus... In dem Steinhaus! Ist Julie zum Abschuss frei? Oder was? Nein? Nein! Hier bei mir ist sie verdammt! In dem Haus! Hier rechts! Da war sie! Guckt sie einfach... Aber das mit dem... Das mit dem Schild und Fiss war so geil! Ja! Fiss kommt mit dem Schild, guckt in ihren Raum mit dem Schild! Julie so... Oh! Nimm auch den Schild und schmeißt das Baby so! Wieso bist du immer mein Ziel, Goro? Ich hab nur das Baby! Ich dachte ja... Das ist zu verlockend! Ich dachte, wenn was hilft, dann nur noch das Baby! Und Fiss dachte, ach ich bin ja sicher, aber das Baby wird auch das Schild durch! Ja! Das fehlt! Ich dachte, das war schon ein Verbrauch! Das sind wirklich super! Waren Zwillinge wahrscheinlich! Sieht man das nicht mehr, von wem man gekillt? Also seht ihr das nicht mehr, von wem man gekillt wurde? Doch! In dem Chat! Ja, weil... Ihr habt noch drüber spekuliert, warum ich gestorben bin und das ist ja schon lange Nefi! Ja, aber du warst mein Tag! Da tun jetzt nichts Falsches! Warum? Dann sieht das keiner! Spring! Dann sag ich deinen wahren Namen! Spring! Ich dachte, man sieht's halt! Nefi! Du kannst vorspringen, ich komm nach! Die Welt ist noch nicht bereit für den echten Namen! Ich hab mich hergekauft! Ich hab nächstes... Ab nächstes Jahr... Du kaufst mich! Ja! Der war ja nur ein Jahrespraktiker! Geht Botztar wirklich nächstes Jahr? Botztar stirbt! Das ist das Schaffelfinale! Das ist das Schaffelfinale von TTT! Am Ende machen wir jetzt Cinematic in TTT, wo er am Boden liegt und sagt, jetzt reicht's! Aber es ist nicht nur Botztar, da stirbt bestimmt noch einer mehr von uns! Was? Oh! Und einer fährt seinen Kanal fettig! Botztar muss schwimmen bei mir! Boah! Ich dachte, er schießt Kapuze, Alter! Am Ende eines Jahres wird der Kanal vom Schwächsten immer gelöst! Oh! Oh! Mein Gott! Das wird so süß! Wir werden wieder zusammengezählt aus allen Aufnahmen! Okay, Julie, das hab ich gesehen! Du hast die Melone getötet! Ja! Was heißt denn gut? Und jetzt kommt die große Schwester! Was macht ihr da? Wir spielen mit Julis Melon! Oh mein Gott! Julie, schäm dich! Warum nicht da um Blut? Ich kann nichts dafür! Wer war das jetzt? Botztar war das schon wieder! Ich spiel mit Julie! Ich hab doch gar keine MG dahin! Hey! Stop! Siehste, sie beschwert sich! DT, Goro, hilf mir mal! Goro! Da kann ich nur eins sagen, wenn Goro DT... Er kommt immer mit seinem Stuhl ran! Lass es bitte! Danke! Viel Zeit im Stuhl ist aber eh klar! Goro ist der beste DT! So schamlos gelogen, hab ich auch schon lange nicht mehr gehört! Vor drei Folgen hieß es noch, Goro ist das schlechteste DT oder irgendwie sowas! Das hat immer nur gesagt, wo das Goro nicht kann! Da liegt einer! Hilfe! Ich hab ne Plasma an mir kaputt! Ich glaube, es war Shigong! Wieso? Ich hab da auch ne Plasma! Ich hab sie nicht geworfen! Das ist ja wohl ne absolute Lüge! Sie haben! Hat ihn jetzt einer gekillt oder was? Nein! Oh! Wow! Bist du doof? Bist du doof? Ja, da liegt wirklich einer! Wie hundert Bist kaputt! 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 Ah! Oh! Du schmeißt nochmal überall ins Wasser! Scheiße! Ah! Wie schon wieder! Um ner Skala von 1 bis 10! Wie klug war die reaktion! Und sowas von Nils! Was passiert denn dort? Boxkampf, ey! Was macht 10 in dieser AWP hier? Boxen! Boxen! Was? Was? Hey! Du hast gesehen, was ich gemacht hab! Einschlag hast du! Okay, okay! Du musst runterzählen! Hint die mal auf hier! Zwo! Eins! Wow! Oh nein! Die ist leer! Ist leer? Ja! Da liegt ne Mikrowelle! Ey! Kann ich das Schild wieder haben? Vor dem Haus! Kaputze! Alles klar, warte mal! Was geht vor sich? Da ist Kun dran! Was? Mach ihn fertig! Angriff! Okay! Gönn wir nochmal einen Schluck! Warte! Ist ja Neujahr! Da kann man drücken anklicken! Ist noch nicht! Nein! Es ist Silvester! Es ist Kun dran! Es ist Kun dran! Es ist Silvester! Es ist Kun dran! Es ist Silvester! Silvester! Es ist Kun dran! Wo ist der Kun dran? Alta! Es ist hier hinten im hinteren Haus! Im hinteren Haus! Von wo gesehen du Nase! Von dem Anderen! Das was nur ein Turm ist! Ach das Neue! Das was vorher nicht existiert! Das Alte meine ich! Das was schon ewig da ist! Was war mit 2014! Er ist immer noch im Turm und die Leiche liegt vor dem Haus! Das war ein Fehler! Hast du auf mich geschossen? Das tut mir leid! Nein! Habe ich nicht! Das tut mir leid! Okay! Juli! Das ist Juli! Das ist Juli! Können wir dem was im Abschluss freigeben? Kann einer Juli wiederbeleben, damit sie sehen kann, dass ich Inno bin? Nein! Erstmal lebt Nephi wieder! Nephi weiß auch, dass ich Inno bin! Wo ist der Kun dran jetzt? In dem Turmgebäude! Ich hole den Lump! Den hole gleich! Mami! Den Heferlump! Da ist er unter der Streppe! Habe! Ah! Unter der Tür! Oh Gott! Das war so easy! Das war so easy! Dann ist Geboots auch safe! Nephi ist safe! Nephi steht da vor mir! Nephi! Da du ist safe! Da fehlt dir nur noch Shigo! Und Shigo steht die ganze Zeit auf dem Radar! Ah! Das ist nicht schön! Kapuze wird... Ah! Ich hab Bekunter gekillt! Muss Shigo sein! What the... Kun dran ist auch unkast by Grants! Ich war grad dabei, den auf zu drücken wie Shigo! Kapuze hat's jetzt erwischt, aber mich nicht! Ich hole extra das Schild, ich will Goro's Leben beschützen und Goro flieht! Ich dachte eigentlich, ich treffe da Goro und dann hab ich dich getroffen! Juli, sag ich so, wenn du uns abschießen willst! So wie du da geguckt hast! Jaaaa! Wie ich Nils so überrascht habe! Mit der Shop Girl! Jaaaa, er kommt von oben! Nils schon hofft uns viel raus! Ahaaaa! Da stand doch Detective Shigo! Da stand doch Detective Shigo! Vor allem, vor allem, ich sag noch! Nils zieht aus dem... Oh! Torn! Hey, hier sind Toiletten! Ach, das muss reichen! Ach, das muss reichen! Ach, das muss reichen! Gibt sich sowas bei euch, ne? Ich dachte, hier ist so viel Wasser, ne? Muss reichen, eigentlich! Da schwimmt schon wieder einer! Was ist denn los hier? Was, Elfentechnologie? Hochmoderne Elfen! Geheime Elfentechnologie! Geheime Elfentechnologie! Geheime Elfentechnologie! Moment, was zitierst du jetzt? Elimania sagt hochmoderne Elfentechnologie! Geheime Elfentechnologie! Hochmoderne Elfentechnologie! Hochmoderne Elfentechnologie! Hochmoderne Elfentechnologie! Wie kann man Elimania denn nicht auswendig kennen? Wie kann man es falsch zitieren? Dann sagt er bestimmt in der anderen Folge, sagt er hochmoderne! Er sagt auf jeden Fall hochmoderne Elfentechnologie! Das ist völliger Klatsch! Ah, ist komplett wahr! Ist komplett! Einfach dumm! Kapuze hat eine Grenade geworfen! Hilfe! Hier ist jemand! Alter! Warum guckst du so grimmig, der Schneemann? Zalo hat mich geschubst, Leute! Ich hab dich nicht geschubst! Ich bin aber grad... Auf mich, glaub ich, dann er snipert! Bist du runtergesprungen? Wo kam das Lachen denn her? Ich glaube, das war grad Coon dran! Wenn da drin die Schneemann ist, war das Coon dran! Hä? Da hinten steht... Nee, der Schneemann war, glaub ich, hier unten, oder? Der Schneemann ist die ganze Zeit schon da! Ohhhh! Hier ist der Schneemann! Wo? Der hinten steht schon die ganze Zeit... Im Wasser! Dann war's Coon dran! What the fuck?! Ich glaube, da war... Du hast in die Richtung schon auf einmal gelacht! Und das war der Schneemann! Du bist es! Dalo hat geschossen auf mich! Ich bin der Schneemann! Nein! Dalo, 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 Dalo! Um auf dem Dach, um auf dem Dach! Ich bin gleich tot! Und der Fisk, der geht jetzt raus! Hol ihn! Hol ihn! Hol ihn! Du Arsch! Oh, tot! Oh, tot! Seid ihr die ganze Zeit um mich rumtanzen? Oh, ne! Ziel! Echte Stunt-Move! 360! No Damage! Oh! Hilf mir! Vorsicht! Oh! Was?! Was?! Gerne geschehen! Kein Problem! Raus! Ich bin nicht zu bedanken! Wo ist Nephi? Wo versteckt der sich? Weiß nett! Weiß nett! Bestimmt hinten beim Turm oder so! Und sniper uns jetzt ab gleich! Gucken wir mal! Ja! Der ist in diesem Haus hier vorne! Dahinten! Alter! Was ist das denn? Au! Hey, lass mich da erstmal saufen! Auf diesem kleinen Island! Da ganz ganz hinten! What?! Da kann ich nicht mehr gucken! Ich hab ihn auch nur nicht zufäll gesehen! Er war nämlich... Mein Punkt war in dem Haus! Hab ich's gesprengt! Dann kam er nämlich schon wieder dahinter! Auf dieser kleinen Insel da! Ich seh da hinten nix! Bei mir ist da überall nur Nebel! Scheiße, meine Waffe ist leer! Macht nix! Ich hab's gesehen! Aber jetzt ist er eh nicht mehr da! Er ist nämlich jetzt... Äh, warte! Wo ist der Punkt? Er ist weg! Der Punkt ist über dir! Über dir! Ah, was? Mit der scheiß AWP hab ich gekriegt! Das sieht richtig! Ey, das siehst du richtig! Das sieht richtig, genau! Drei schnelle Männer geworden! Bei mir kam gar nicht die Musik diesmal! Ich dachte... Das war's du! Das war's du! Als du nämlich gesagt hast, dass ich dich geschubst hab, Und dann war dir klar, dass du da gefrostied wurdest? Achso, ne! Ich hab das irgendwie nicht gehört! Ich hab das ja auch schon, dass ich das nicht gehört hatte! Sonst hatte ich das eigentlich immer! Der wird ja gepätscht! Ja, Gary's Mod ist broken! Aber wir müssen's halt heute noch schieben! Halt doch die Schnauze! Du hast nen Vertrag unterschrieben! Nee! Du darfst nicht schlecht darüber reden! NDA! Ich liebe Gary's Mod! Ich liebe Fisk! Und wenn ich's werde, schieß ich Fisk direkt in den Rücken! Okay! Ist jemand gestorben! Au! Wer? Sorry! Einmal noch mal! Wer? Wo kaufst du denn? Nein! Ich hab auf Fisk gezielt! Ja, das... Hm? Wieso kaufst du... Was kaufst du hier? Wer kaufst denn da? Moin! Achso! Das ist gar nicht mit, wenn er stirbt! Wir können ihn umhauen! Ja, ne? Wir steppen ihn auf Reddit! Komm, warte Willi! Guck mal, wir bauen hier was! Ich hab ihn versteckt! Können wir das Bett auch auf ihn draufheben? Nee, ne? Aber ich glaub, Nephi will mich gleich töten! Wir müssen mehr Objekte finden! Ne Blume noch! Wir brauchen noch nen Blumentopf! Ich kann auch ne Mikro anfingen! Wir machen gerade Kunst! Achso! Ah, ich hab noch nen Stuhl! Ich hab noch nen Stuhl gefunden! Welches Topwerk seid ihr? Wir brauchen noch Blumen! Scheiße! Oh nein! Was hast du denn gemacht? Wo seid ihr? Ich muss da wieder hin! Ach, hier ist ne Blume! Hau ihn doch nicht tot! Blumenkinder! Alle kommen mit Sachen rein! So seid ihr, Leute! Das ist ja Weihnachten! Die Blume ist zu schwer! Scheiße, ich pass hier nicht durch! Die Blume ist zu schwer, tut mir leid! Nein! Blühe Füße! Oh mein Gott, ich hab ne starke Hand! Ich bin es nicht! Was denn jetzt? Ja, ist schon! Hier, Leute! Hier, kann sie nicht zünden! Also das Piepen ist in Ordnung, Leute! Okay! Okay! Das ist alles zu cool! Kann man das Ding aufheben? Oh, nie! Meine Hand wieder! Ich glaube, wir waren doch nicht in dem Raum! Ich glaube, Goro ist es irgendwann... Dann kommen wir gerade mit! 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 Vorsicht! Krononi! Ich hab das verbarrikadiert! Haha! Und jetzt! Da liegt ein Mikro! Haha! Verbarrikadiert! Verbarrikadiert! Oh nein, wir sind gefangen! Er will fliegen durchs Fenster! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, oh! Cool Dread! Achtung! Oh! Fest! Oh nein! Der ist doch vor euch drin, oder nicht? Ja! Nur den Traitor erwischt! Hinter dir, Shigo! Hinter dir! Hast du gerade den Traitor getestet? Weil sie gerade die Plätze tauschen in dem Moment, ey, Mann! Hast ihn? Er ist in dem anderen Raum! In dem anderen! Welchen? Gegenüber? Nein, hier! Hier, hier, hier! Ich öffne und du schießt! Oh, andersrum! Oh, andersrum! Du hast dich schon! Ist er down? Hä, er ist nicht hier! Warte? Es ist nicht so einfach! Er ist raus, Leute! Nein! Der ist durchs Fenster geflohen! Fisk ist geflohen! Fisk ist geflohen! Fisk ist geflohen! Er hängt fest an den scheiß Props, ey, Mann! Er ist Ice-Knife, Leute! Oh, wenn das mit der scheiß Bombe mal funktioniert! Hä, was war dat denn, Kunra? Goro, du warst noch in dem Raum, oder? Ja, du hast mich gekillt! Ja, tut mir leid! Ich schmeiß die scheiß Frecke-Renae in die Ecke, wo drei aus sind, oder war er wechseln die Plätze! Aber, da hast du es ausgerassen! Du hast doch gesehen, hat er sich die Bombe geflogen! Ja, natürlich! Ja, ich auch! Man, man, man! Ich hatte sie sogar schon am Rücken gehabt! Ich musste nur noch raus! Ego, ich wollte nur diese blöde Bühne, weil die mir im Weg war! Ich bestand mal wieder im Weg! Hast du deinen Satz nicht beendet? Ja, und dann war klar, war's nur so! War ich Traitor letzte Runde? Nein, du war's! Aber wir haben sich versteckt! Verbuddelt! Kaputze, chillt hier so! Und haut um sich! Alles unter Kontrollen, Nils! Alles unter Kontrollen! Alles unter Kontrollen! Alles unter Kontrollen! Verrückter Mungo! Verrückter Mungo! Verrückter Mungo! Au! Ah! Na, hallo! Wer war's? Wer kommt? Ist er hochgegangen? Ich mag keine Fenster! Kuhn dran! Ähm... Warte, hier! Ja, ich bin hochgegangen! Ja! Das ist mein Boot! Der hat mich angeschossen! Verdammts Scheiße! Ja, das Boot geht unter mir! Ich bin mal! Hey, warte! Er hat's nicht verraten! Er hat doch irgendwas vom Schild erzählt! Nein! Dadu hat mich geschlagen sein! Warum hat Dadu... Warum hat der das über die Runde gesagt? Ich will nicht schlagen! Ich will nicht schlagen! Ich will nicht anlaufen! Hier runterspringen! Könnt ihr mal... Von der... Nein! Jetzt hat's cooldown! Cooldown! Toll! Wieso hast du mich... Wer hat mich geschubst? Nee, was machst du da? Ich bin weit geflogen, Leute! Ich schwimm rum! Hängst du da fest? Ja, aber ich kann mich wieder rausreden! Hier seine Kuma wie seine Leiche da chillt! Kapuut, sie ist... Juliet in Trader Schwimmbach! Wie kannst du auch... Eine... 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 Warte, was? Nein, ich komm grad ausm Wässerchen! Wow! Ausm Wässerchen? Ey, ey! Du hast grad auf Juli geschossen! Sie ist hurt! Ja, ich bin hurt! Wer war das? Das war Globo! Da ist eine Mikrowelle! Das war... Äh... Durch das Ding hat er durch... Okay, ey, das ist die echt! Nein! Auf... Goro hat grad'n Baby gekauft! Im Treppenhaus war ne Mikrowelle! Goro! Es gibt aber eine echte hier, ne? Das Bom... Ich hab' wieder ne Mikrowelle! Ja, ich konnte's hier aber zerschießen! Daaa! Ah! 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 Den Trailer hier! Trader-Leuten! Weiß nicht wie... Nur mal mit... Mit Schmack ist der Trailer! Der Trailer ist hier! Ah! Ah! Wieso hast du gerade gesagt, das ist ein Trailer? Ich hab' auf meinen Sessel geschossen! Das darf ich ja wohl! Juli ist auf jeden Fall das Ziel von Goro! Oh Gott! Das heißt, wir sollten Goro töten! Ey, kein Diebstahl hier! Komm, wir töten Goro! Das war Juli! Das war Juli! Juli war das! Ey, er hat den Stuhl geklaut! Schieß auf ihn! Juli, wir haben dafür die Strafe bekommen! Jawoll! Äh! Boah! Bein ins Wasser! Finde ich gut! Das ist gut! Und ich hab' jetzt ab durch die Decke! Es ist Potsdam! Der hat mich wieder auf der Liste! Ich glaub' auch! Ah! HALTZ! 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 Der Potsdam hat Juli erschossen! Ne, du hast mit der Plasma! Ich hab' ja gesehen! Ey! Es ist Nils! Ich hab' ihn wieder aufgeschossen! Ah! Ich hab' ihn richtig gerne auf dem Radar gehabt! Was ist da jetzt passiert? Nee! Ich hab' nachgeladen! Ich hab' nachgeladen! Entschuldigung! Besschen! Nee, ist ja wohl so gut! Fuck you! Wo ist der schon wieder? Der Nils? Ist er im Haus? Nicht das FK oder? Na, wie denn? Wenn der Leute killen, dann du bist es auch. Ich dachte, der will immer noch aufkommt. Du beschwerst dich auch nicht, wenn ich dich ansnipe. Du schießt auf mich? Da du normalerweise triffst, hätte ich nicht gedacht, dass du auf mich schießt. Nicht mit dir, Sniper. So, Jungs, jetzt passt euch, passt mal genau auf. Na, schade. Trainier mal deinen Wurf an. Was schießt du da, Alter? Oh nein! Tim, 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 Tim. Nein! Was war da denn mit dem Hack los, Nielfie? Ja, auf Nils war der schon abverbraucht, ey. Hast du? Verbraucht. Hui. Du bist so toll verbraucht. Ja. Nein, nein. Nicht sterben, nicht sterben. So schlimm macht es jetzt auch nicht. Ich wäre nur fast antrunken. Ich hab das Brot gedreht. Ja, ich hab das Brot gedreht, ja. Oh, nice. Können sie wirklich stimmen? Goro ist afghan. Goro, kennst du das hier schon? Die Zeichen verdichten sich, wenn wir im Staffelfinale brauchen. Nein, nein, nein. Das ist erstmal nur ein Facebook. In der letzten Folge ist dann alles anders. Hä? Hallo? Warum könnt ihr durch die Tür hier? Das ist ja freaky. Freaky, sneaky. Freaky yo, freaky yeah, ich bin geil. Fisk ist hier, pass auf, Chico. Woll ich hier drauf schiezen? Fisk ist hier jetzt auch Fisk? Ich muss nicht auf die Tür. Frank, gerade unten vorm Haus, bitte nicht ins Feuer laufen. Ich, ich. Nee, 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 der andere mit innen. Sorry. Nee, 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 nee. Weil der schießt, muss ich dich töten. Soll der hier weg sind, oder was? Nefi war hier gerade drin. Ey, ist er weg und sie suchen mich. Ach so. Ihr schieß ruhig auf Nils, das ist schon weg. Auf wen schießt ihr, was? Ich hab nie aufgepasst. Bist du da hingebuckt Nefi? Ich bin nicht gebuckt. Der Puzo und Klitsch ist schon wieder hier. Alter, Deadwinger war das nicht. Alles mir Schaden zugefügt, ich möchte Rache. Ah. Ah, du Lacker! Lacker ey. Ich wusste, dass du hier noch irgendwo bist. Weil Rache beginnt. Ich tot bin, was ist Nils, ne? Alter, Klitschko. Ist das ein Faustkampf da oben? Das ist ein Faustkampf. 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 Ich setz auf Dalu Card. 5 Euro. Das war unfair! Unfair! Ich mach ihn jetzt weg dafür. Das war alles von aus. Hier wurde unfair gespielt. Das Match muss wiederholt werden. Das war fair! Hey! Da wurde wer gesprengt. Warum wurde das getan? Ja! Yes! Yes! Oh Gott! Schöne Runde. Ich hab gewonnen! Du hast den Faustkampf gewonnen, weil mich wer angeschossen hat. Ich stehe gar nicht. Nein, nein, nein. Wie gut ich mich noch verstecken konnte vor Fisk und mir. Ich wurde live im Schloss. Ich hab nur N-Geläse auf den Ries geschossen, ey. Und die ist erst mal total am durchdrehen. Ich find das so klasse. Letzte Runde! Das ist die letzte Runde für dieses Jahr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir müssen am Ende auch einen Countdown machen. Für Neujahr. Und hier, wie gesagt, feiert heute schön. Kommt gut ins neue Jahr. Und dann Gary's Mod 2.0 übermorgen. Und wer die Folge live guckt, es tut mir leid für euch. Warum übermorgen? Wer die Folge live guckt? Was? Ja! Am Veröffentlichungspunkt. Wir machen das jetzt verhauen. Wir machen das jetzt halt ein bisschen. Wir brauchen noch einen Ruhestag. Wir brauchen noch einen Ruhestag! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist nicht jemand an meinem Mikro gestorben? Ja! Wer schießt da auf mich? Hi Shiro! Hi Shiro! Was? Schieß jetzt alle hier um mich rum. So geht's ja nicht. Da hinten schnuppen. Was hast du getan? Der Detektiv ist gefährlich! Der Detektiv hat... Jag die Wale! Jag die Wale! Ich hab gesät, ich auch! Au! Juli! Was soll die Scheiße? Juli hat mich auf 6! Dann sind Wale gleich auf! Juli! Ey! Lalo ist es! Lalo! Wo ist es? Hallo! Fisk ist es! Wir sind es einfach alle! Fisk kann mal wieder gekauft werden. Dich neben ihm stand! Goro verblieben ist der Schlimmer! Dankeschön! Von Fisk! Noch knapp! Hergst du das jetzt ehrlich so? Mach die Mikro weg! Mach die Mikro weg! Dankeschön! Du hast die Mikro da hingesetzt! Du hast die Mikro da hingesetzt! Du hast die Mikro da hingesetzt! Alter! Vorsicht! Leute ich mach das! Warum? Weil ich es gesagt habe! Ich hab noch 2 HP! Rettet mich bitte! Ich hab noch 6 HP! Ich hab nur noch 2 HP Leute! Wer möchte die Faust zum Ende? Hopp! Hopp! Nein! Jahresabschlussfaust! Und jetzt kommt doch! Achtung! Ach man! Achtung! Kapuze! Mach das das Jahr gut endet! Bitte! Was? Bin ich der Letzte? 5! 10! Ok 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 ok! 10! 7! 6! 5! Der Sniper lebt noch! Wo ist der? Der Sniper lebt noch! Der Sniper lebt noch! Wo ist der? Helft mir! Zum... Ja! Helft mir! Helft mir! Helft mir! Wird kaputt geschaffen! Der ist dort wo die Sonne das Eichhörnchen küsst! Eins! Noobs! Noob! 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 Wo ist der? Sag mir wo ist! Noob! Gegenüber! Mach den Showdown! Ihr mein Jahrgeister! Wo ist er? Auf dem anderen Haus! Ganz oben! Der Nebel ist zu stark! Ganz oben! Ah! Ah ok! Ich hab was geflogen! Ich hab die Sniper raus geflogen! So jetzt gibt's aber aufs Maul! Wo bist du? Oh! Ich hör doch einfach mal! Mein Freund! Ich weiß! Da bist du irgendwo! Lass nochmal runterziehen! Da bist du! Au! Du schießt auf mich! 99! Wo bist du? Das wird ein langes Jahr! Das wird echt ein langes Jahr! Leute! Ich wollt noch gleich feiern gehen eigentlich! Ja 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 ja! Lass schon mal runter gehen! Leute! Ja schon mal! Ja ja ja! Komm wir stehen jetzt alle die Facecam an haben! Regenklich ey! Meine Kühe! Kommt ins neue Jahr los! Juhu! Juhu! Tschüss! Bis nächstes Jahr!